das schlimmste was es gibt leute ist wenn man youtube video aufnehmen will es nicht auf die reihe kriegt ich wollte gerade schon youtube video aufnehmen aber manchmal kommt man nicht in diesen flow rein ist halt so ne also ich kam überhaupt nicht in flow rein ich wollte schön aufnehmen dann trainieren jetzt muss ich mir erstmal ab reagieren werde jetzt erstmal schön brust und bizeps programm wegballern dann noch mal anlaufwagen drückt mir die daumen dass es klappt die scheiße aus leute schmeckt aber hammermäßig guckt euch dieses saftige wetter an und es ist unglaublich wird schön einkaufen lieblingsbeschäftigung post weg bringen denn endlich in tag stand er würde war mäßig mäßigen buch zu dir hier am start dann auch raps die kock daddy und holle der uren ist auch mit am start osakius kann ich empfehlen leute die serie geht echt gut klar osak kennt auch nicht jeder würde ich sagen keine ahnung und was ist da los schon wieder schon wieder fressflash also ich muss ja sagen ich hau mir auch mal scheiße rein diesen melker kram und so wenn das wird dass wir mit leitcreme so leute noch mal hier das lied oben wie das heißt und das rezept auch waren so viele nach wie kommen das muss ich noch mal eben klären